Sie haben zusammen rumgealbert, gemeinsam die Hymne des 1. FC Köln gegrült. Doch das Abschiednehmen fällt nun in aller Stille aus. Nach der offiziellen Beerdigung von Willi Herren, 45, ist Calvin Kleinen zum Grab gekommen. Mit gesenktem Haupt steht er dort, um seinem Freund die letzte Ehre zu erweisen. Ich denke oft an unsere Zeit und begreife nicht, dass du jetzt von da oben auf uns aufpasst, schreibt Calvin zu einem Foto, das ihn vor der Ruhestätte Herrens auf dem Kölner Melatenfriedhof zeigt. Aufgrund der Corona-Pandemie durften der Beisetzung nur 30 Personen beiwohnen. Klar lasse ich da der Familie und den engsten Freunden, die dich seit vielen Jahren kennen, den Vortritt, so der 29-Jährige. Was wäre ich für ein Freund, wenn ich die Wünsche deiner Familie nicht respektieren würde? Ich hoffe wir sehen uns irgendwann wieder. Die gemeinsame Zeit mit Willi werde er nie vergessen. Ich hoffe wir sehen uns irgendwann wieder und haben so viel Spaß wie wir immer hatten, so Calvin. Im Februar stand er mit Will noch zusammen für das Format Promis unter Palmen vor der Kamera. Im vergangenen Jahr saßen beide Männer beim TV-Treue-Experiment Hemptation Island VIP in einem Boot. Damals hatte Willi den Mitstreitern und Zuschauern eine extrem verletzliche Seite von sich gezeigt. ABL Untertitelung des ZDF, 2020